Ich heiße Bianca, ich bin seit viereinhalb Jahren bei EY. Ich bin Architektin und betreue daher unsere Kunden hauptsächlich in Immobilienfragen. Ich bin am Münchner Standort und die Nähe zu den Bergen nutze ich nicht nur privat, sondern auch gemeinsam mit dem Team. Gerade bei sehr komplexen Projekten mit einem straffen Zeitplan stehen wir oft vor der Herausforderung, dass man sich schnell einarbeiten muss in neue Themen, sich auf die verschiedensten Kunden einstellen muss und auch Teilbereiche mitverantwortet. Daher hat es sich für mich immer ausgezahlt, dass ich offen kommuniziert habe, viele Fragen gestellt habe, von den Erfahrungen meiner Kollegen somit profitiert habe. Wir leben bei EY sehr flache Hierarchien, was es ermöglicht, dass man als junge Kollegin seine Ideen mit einbringen kann, gehört wird und somit der Impact, den wir auf den Projekten machen, für uns spürbar und sichtbar ist. Ursprünglich habe ich Architektur studiert und man könnte meinen, dass ich in meinen Projekten jetzt sehr weit von den Immobilien entfernt bin. Allerdings sind Immobilien Teil von so vielen verschiedenen Projekten, beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit spielen Gebäude eine essentielle Rolle. Bei Transaktionen sind sehr oft Immobilien involviert, im Bereich Mobility und Infrastruktur und auch in vielen weiteren Projekten spielen Immobilien eine zentrale Rolle. Und daher begeistert es mich immer wieder aufs Neue, in wie viele unterschiedliche Bereiche ich mich als Architektin mit meinem Real Estate Know-how einbringen kann.